hallo liebe freunde willkommen wieder mal zurück auf youtube heute spielen wir fifa 15 aber nicht ultimate sondern online-saison wir starten wir sind in liga 3 ich habe real madrid genommen ihr wisst schon das ziel ist liga 1 habe ich schon ein spiel gewonnen das ist jetzt das zweite schöner pass von toni kroos bayern ist auch stark spiel doch den ball ab schießt doch ja hinten ist bein stark das ist klar aber na was so eine scheiße man 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 er spielt gut direkt auf alle ball direkt auf alle ball oh oh what the fuck was für ein tor was für ein tor meine freunde das muss man sich wieder reinziehen unglaublich 1 0 wie ich das hasse schade kombi nein ja 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 und rieberi ah ja 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 Tu ein scheiß Tor Tu ein scheiß Tor So, 1-1 Puh, yeah, Bäm, die Matte Wenn ihr eine Facecam sehen möchtet, dann schreibt das in die Kommentare Dann lässt sich das vielleicht einrichten Es werden jetzt mehr Youtube Videos kommen Nicht mehr, ich werde nicht mehr so auf Twitch Aktiv sein Komm weg mit dem Speck Weil momentan keine guten Spiele draußen sind Deswegen gibt es mehr Youtube Videos Boah, soll ich? Fuck, what denn? Oh, wie ich das hasse mit dem Schräglaufen Ich, den hatte Kult aus der Gefahrenzone weggefraust Jesse? Wenn wir über Rivalitäten sprechen Zumindest eins haben sie den vorallem FC Bayern eingebracht Den Skitz nach FC Hollywood Das heißt aber auch, dass es bei den Bayern Kielern war Komm, uff Was für eine Scheißer mache ich Was für eine Scheißer mache ich So ein Scheiß Pass Boah, Glück wieder Der wäre durch gewesen Oh 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 Ganz knappe Entscheidung Aber Der Assistent Hat immer recht Er hat die Fahne Der bohrt, denke ich, stabil hinten Hey Hey Bayern sind nicht stark Jesse Du Pfeife Das war gut von Marcello Der hat um Ja Da Das war knapp Da muss auf Lewandowski aufpassen es wäre nicht mal abseits gewesen ah die Verteidiger das hasse ich tu jesus maria fast hätte er mich erwischt eiskalt auf Konter ah wieder Modric komm Ramos fuck you echt komm ich noch die gelbe Karte oh schöner Schuss muss ich sagen komm schon Gerrit jetzt haben wir den Pausenstab der Schiedsrichter abgepickt anstoß zu begegnen der zweiten Hälfte ja Freistoß bitte Ronaldo bitte nein ein bisschen zu fest ey wieso läuft Benzema nicht zum Ball ey so ein Baguette oh was für ein Schuss meine Freunde Marcelo direkt ahhh 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 weg 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 kontr da wieso du heut Woll wieder Cristiano Cristiano mit Moonwalk Oh, konntische Taster. Schade. Oh. Ja. Wunderschön gespielt, leckt mich am Hintern, die rechte Backe, wunderschön gespielt. Nein, nein, nicht die, komm Gareth Veyel, oh, 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 ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt Ramos, Ramos, oh, hier könnt ihr auch das Team bestimmen, mit welchem sie spielen soll, na, oh, oh shit, das gibt Rot, das könnte Rot geben, kriegt aber Geld, wie gesagt, Freunde, ihr könnt das Team bestimmen, jetzt, egal welches, und ich versuche in Liga 1 zu kommen, was für ein Tor, na, was du durchlässt, oh mein Gott, steht 3-2, ja, und ich mache wieder Scheiße, oh, er passt gut auf, ah, ja, ja, jetzt muss ich aufpassen, ich glaube, er hat komplett offensiv gestellt, nein, gut, direkt nach vorn, weiter nach vorn, Ey, der Manuel Neuer, ey Alter, ist mir ein Ball ins Tor gelaufen? Oh, wir haben 3-2 gewonnen, das heißt, wir haben 6 Punkte, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Untertitelg 19.11.205 20.11.21 22.12.22